Was ist denn das? Aber die haben wir uns ehfach gemacht. Hättest du eh nicht erkennen sollen. Guck mal, steht drauf. Ich wollte heute damit bezahlen. Aber der hat mir meine schwer verdienten Bieben nie abgenommen. Ich kann auch nicht sagen, wo ich das her habe. Ich habe es letzte Woche zweimal mit einem Pfiff schon bezahlt. Und zweimal zu Wandschroh und Kleegeld zurückgekriegt. Ich weiß nicht, ob es beim Bäcker oder im Museum war. Aber ich habe jedes Mal das Kleengeld ins Geldfach gepackt und das Große halt hinten hinein ins Portemonnaie. Aber genau angeguckt habe ich mir die nicht. Hier mal zum Vergleich. Also der falsche ist ein bisschen blasser. Und man hat halt die silbernen, die Reflexionsstreifen, den metallischen Streifen halt nicht mit drauf. Aber so auf den ersten Blick sieht es ziemlich gut aus. Nur, dass ich hier drauf stehe, dass das nicht kopiert. Scheiße. Na gut. Was jedenfalls ich auf, was er wieder kriegt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.